Registrierungen auswählen per MIDI-Befehl, vom Computer aus oder auch von einem iPad. So etwas braucht man für Anwendungen wie zum Beispiel das Songbook Plus. Und das ist ziemlich einfach. Das Fernstören von Registrierungen, das braucht man zum Beispiel, wenn man Songbook Plus benutzt. Denn Songbook Plus steuert von der Ferne sozusagen per MIDI-Befehl die Auswahl der Registrierbank und auch die Registrierung. Das Konzept besteht ja darin, dass man ein Notenblatt sich reinholt und die entsprechende passende Registrierung dazu hat. Und damit das Ganze so funktioniert, geht man einfach hier nochmal in das MIDI-Template rein. Wir haben ja hier die Seiten System, Transmit, Mit und Receive, also den Empfangskanal. Und der steht jetzt hier auf Port A, alles auf Song. Den braucht man, wenn man MIDI-Files programmiert oder auch zur Musikproduktion. Da geht es jetzt darum, dass der Bankwechsel-Befehl die Sounds auswählt. Im Status Keyboard, den wir jetzt hier brauchen, ist es so, dass die MIDI-Noten, die auf diesem Kanal 1 in diesem Fall eintreffen, sich so verhalten, als würde ich auf der internen Tastatur spielen. Das heißt also, die Noten, die auf einen MIDI-Kanal, also in dem Fall auf der 1, reinkommen, können also bis zu vier Sounds steuern. Nämlich die drei Parts für die rechte Hand und den Left Part. Und zwar mitsamt ihrer Effekte und alles, was man sich so eingestellt hat am Instrument. Das heißt also, diese Einstellung kann durchaus auch interessant sein für Musikproduktion, aber man muss sich immer vor Augen halten, dass in dem Falle eben nicht alles vom Computer aus ferngesteuert wird, sondern eben ein Teil vom Instrument selbst. Der Bankwechsel-Befehl, der jetzt hier auf dem MIDI-Kanal 1 eintrifft, hat jetzt aber eine ganz andere Funktion. Und zwar ein Programmwechsel wird jetzt die Registrierungsnummer auswählen und der Bankwechsel wird die, wie der Name auch schon sagt, die Bank, die Registrierbank auswählen. Und damit ich Ihnen das auch zeigen kann, habe ich jetzt hier mal ein paar Bänke angelegt. Die heißen jetzt 01, 02, 03, 04 und so weiter. Und Sie können hier auch schon sehen, jede Bank hat also dann eine Registrierung mehr, damit man auch genau sehen kann, was ich jetzt vom Computer aus fernsteuern werde. Ich gehe jetzt also gleich zum Computer und werde das fernsteuern, werde diese Bänke jetzt auswählen und auch die einzelnen Plätze. Und die Kamera bleibt an, damit Sie das eben jetzt nachvollziehen können, was ich vom Computer aus ferngesteuert umschalten werde. Das Keyboard steht also jetzt 5 Meter von mir weg und ich sitze jetzt nur noch vor dem Computer. Und hier habe ich jetzt in meiner Sequenz eine Sequenz nur mit dem Bankwechsel-Befehl. Sie sehen also hier den Controller 0 mit einem Wert, den Controller 32 mit einem Wert und den Programm-Change mit einem Wert. Und sobald ich jetzt hier die 0, 0, 0 habe, müsste das Keyboard bereits die erste Registrierung der ersten Bank ausgewählt haben. Ja, das ist also auch der Fall und ich lasse jetzt einfach mal diese Sequenz hier im Loop laufen, sodass dieser Bank-Wechsel-Befehl immer wieder übertragen wird. Ich wähle jetzt die zweite Bank aus. Dazu gehe ich hier an den LSP ran, an den Controller 32 und erhöhe ihn einfach um 1 und schon habe ich die zweite Bank. Damit käme ich jetzt auch an die zweite Registrierung ran. Das gleiche machen wir jetzt hier mit der nächsten Bank, die jetzt aus drei Registrierungen besteht. Und hier komme ich an die erste, die zweite und die dritte Registrierung ran. Und so weiter und so fort. Jetzt die dritte Registrierbank, oder die vierte besser gesagt, kann also jetzt die erste Registrierung, die zweite Registrierung, die dritte und die vierte auswählen. Und Sie sehen auch hier wieder, dass diese Problematik mit zähle ich von 0 oder zähle ich von 1 hier relevant ist. Ja, also jetzt gehe ich hier zum Beispiel auf die vier, dann sehe ich die Registrierung Nummer fünf, die also fünf Registrierplätze hat. Und hier wäre der fünfte und hier wäre der erste. So, und so geht es jetzt weiter. Das ist die Registrierbank mit den sechs Plätzen und der Nummer sechs. Und das kann ich jetzt bis zu meiner zehnten Registrierung durchführen. Und das wäre jetzt die zehnte Registrierung, die neunte und so weiter. So, und Sie sehen also, ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Bank Nummer eins. Sie sehen also, der einfache Bankwechselbefehl bewirkt, dass die Bänke und die jeweiligen Plätze der Registrierungen ausgewählt werden. Das Programm-Change sorgt für den Platz und LSB vom Midi-Bankwechselbefehl sorgt dafür, dass die entsprechende Bank ausgewählt wird. Nun liegen aber Registrierungen normalerweise nicht so vor, wie jetzt hier dargestellt, nämlich schön in Reihe und Glied und sortiert und so weiter, sondern normalerweise sind Registrierungen zum Beispiel hier in Extraordnern untergebracht, wie zum Beispiel hier in meinem Ordner Genus und haben dann Bezeichnungen, wie man sie hier sieht. Und auch diese Bänke kann man sehr gut erreichen. Also wir gehen jetzt hier mal zurück und am Computer gehe ich jetzt hier einfach mal auf Record und nehme jetzt mal einfach alles, was so ankommt, jetzt mal auf. Und am Keyboard gehe ich hier einfach auf meinen Pfad, wo die Registrierung ist. Also zum Beispiel hier gehe ich mal auf die 99 Luftballons. Diese Szene schauen wir uns noch einmal an. Und zwar schauen Sie mal rechts auf den Computer. Hier gehe ich mal auf die 99 Luftballons. Da sehen Sie nämlich, dass in diesem Moment, in dem ich die Bank auswähle, das Keyboard auch Daten rausschießt. Hier gehe ich mal auf die 99 Luftballons. Also hier kann man sehen, dass hier ein systemexklusives Datum gesendet worden ist. Und wie es der Zufall will, kann man schon hier erkennen, dass hier sogar in dem Sys-Ex selbst bereits der Pfad steht. Also hier kann man richtig lesen. USB 1, der Pfad zu meinem Genus-Ordner und dann hier 99 Luftballons kann man direkt lesen. Ja und damit ist natürlich schon alles klar. Das heißt, dieser Sys-Ex wählt genau die Bank aus, die ich hier auch händisch ausgewählt habe. Also ein systemexklusives Datum. Und man kann es jetzt hier auch sehen. Ich schieße jetzt vom Sequencer aus immer wieder im Loop laufend auf den Genus mit diesem systemexklusiven Datum. Und jetzt kann man hier schauen, wenn ich also irgendeine Bank ausgewählt habe, zum Beispiel die von vorhin, dann dauert das nur einen Cycle-Durchgang und es steht wieder auf 99 Luftballons. Oder ich gehe hier auf irgendeine andere Bank und schwupp ist er wieder zurück. Egal, wo ich gerade stehe, nach einem Cycle bin ich wieder auf den 99 Luftballons auf dieser Bank hier. Sie sehen also, das Auswählen von Bänken via MIDI, das ist also ganz schnell gemacht. Wichtig ist einfach, dass man das MIDI-Template entsprechend einrichtet. Und das hatten wir hier getan. Wichtig ist, dass der Kanal, auf dem man sich befindet, im Status Keyboard steht. Dann kann man die Bänke auswählen, entweder mit dem MIDI-Bank-Select-Befehl oder eben mit systemexklusiven Daten. Eine Frage, die mich allerdings noch erreicht hat, möchte ich gerade noch beantworten. Und zwar, welches Sequencer-Programm würdest du empfehlen? Naja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es sehr stark in Richtung Geschmack geht. Also, ich benutze hier Logic, Logic Audio, allerdings auch in einer sehr alten Version. So, theoretisch könnte man all diese Dinge, weil sie ja Basis-MIDI-Technologie sind, sogar noch mit einem Atari machen. Ich habe vor einiger Zeit auch mal ein Tutorial gemacht, zum Spaß. Wie weit käme man heute noch mit einem Atari und es ist erstaunlich. Man könnte eigentlich alles noch mit Atari machen, was mit MIDI zu tun hat, weil natürlich MIDI ein sehr bewährter Standard ist. So ziemlich der älteste Computerstandard, der heute noch am Start ist, aber der noch sehr gut funktioniert. Also, Logic, wenn man auf der Mac-Plattform unterwegs ist, sicherlich eine gute Empfehlung. Aber natürlich Programme wie Cubase tun es selbstverständlich auch. Und ein sehr gutes Programm war XG Works. Gibt es leider nicht mehr für den PC. Gab es vor vielen Jahren von Yamaha einmal. Ein sehr sauberes Werkzeug zur MIDI-File-Produktion, sehr gut geeignet. Und im Grunde genommen bis heute alternativlos. Und ein sehr leistungsfähiges und auch durchaus empfehlenswertes Werkzeug ist der MIDI-File-Optimizer von MIDI-Land. Das ist ein Programm, nicht so sehr geeignet, um jetzt vom Anbeginn an eine Musikproduktion zu machen. Da sind sicherlich Programme wie Cubase und Logic wesentlich stärker. Aber wenn es darum geht, nur leichte Veränderungen durchzuführen, also mal ein paar Sounds auszutauschen, zu remixen, Spuren zu löschen oder auch zu transponieren, ist das auch eine sehr gute Empfehlung. Ansonsten, wie gesagt, Geschmacksfrage. Ich sage für heute Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann vergessen Sie doch nicht, diesen Kanal keyboard-seminare.de auch zu abonnieren. Und empfehlen Sie es natürlich gern auch weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.